Was geht ab Leute, Victory's Adventures hier. Wir genießen heute den ersten Tag des richtigen Sommers, so. Versteht ihr was ich meine? Guck mal, wir haben letztens auf Dacho geguckt, also auf die Dinge, auf diese Formatorenzeige. Alter, es sind jetzt schon 33 Grad. Junge, hol den Schild, man. Auf jeden Fall, ich nehm euch jetzt mal mit. So, einen Tag mit Victory's Adventures und so. Wir chillen einfach ein bisschen. Das ist der Dennis Ritz Adventures. Sag mal was, Bro. Bro. Yeah. Also das ist mein Bro, den ich schon seit 50.000 Jahren kenne. Seit ich weiß nicht, ich mich neu in die Windeln geschissen hab. Da sind die anderen, da sind die meine Co-Stuntmans und so. Yeah. Also wir haben uns jetzt Eis geholt. Alle wirklich schon am Eis. Was hast du für eine Sorte? Sattab. Orange. Ich hab Cola. Ich hab auch Cola. Alle haben Cola, Alter. Auf jeden Fall. Ich schwöre, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Ohne Witz, ne? Ohne Witz, ne? So. Das hört sich richtig geil an, Leute. Ohne Scheiß. Ich sag's euch. Mein Arm wird langsam schwach. Yeah, Leute. Wir sind hier im Fahrstuhl. Wir haben noch unser Eis. Ja, der Fahrstuhl öffnet sich jetzt. Yeah. Von Schrein zu der Schrein. Okay. Okay. So, jetzt voll rum. Ich geh jetzt eine Krippe hoch. Und mit der Fahrstuhl öffnet es mal. Okay. So. Wie war jetzt jemand, was es anders gemacht wird? Ja. Okay. Okay. Leute. Ich muss jetzt mal mit Deutsch reden, ne? Okay. Wir fahren. Wir fahren. Wir fahren. Wir fahren. Wir fahren. Wir fahren. Okay. Yeah. Wir fahren. Nawet ist, halt wie jede Tour. Der Spösti, Alter. Vielleicht gibt's hier auch eine Fachfunkel. Fick Deutsch. Gein Bomben, der auf jeden einen hat die Taschenklocke drückt. Komm mit zu Hause. Dennis, der programming ist passiert. Oh, mutterfuck. Komm mit von mir. Ja, äh. Boah, ist das warm, Alter. Jetzt kommt der gleiche raus. Nice. Was? Okay. Ja, Leute. Kennt ihr das, wenn ihr zu eurem Spielplatz kommt und so schnell rein wie ihr könnt, damit ihr auf die Schaukel kommt? Wow, runter. So. Jetzt auf die Schaukel. Das tut mir gerade, André. Du Bastard, hör auf mit der Scheiße. Ach klar. Das ist eine Tolle, du wirst ja. Blödsau. So, jetzt drehen wir uns mal ein. Wunder. Wunder. Hallo. Mann. Ey, wisst ihr was richtig eklig ist, Alter? Manche kleinen Kinder, da sind diese Horen, manche kleinen Kinder pinkeln da rein, Alter. War ja richtig. Das ist wieder so gut. Wir müssen die Schwarme in den Jonas zu tun, aber Kinder ist das passiert. So, dass ihr就到 das, was wirklich? Oh! 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 Hey! Oh! Bis zum nächsten Mal.